Licht an, Kamera läuft, Klappe die dritte und bitte. Ich bin Helga, ich bin Digitalbotschafterin und werde euch jetzt gleich mal zeigen, wie eine solche Anwendung hier drauf kommt. Das kann nicht jeder. Doch für Helga Handke ist das mittlerweile kein Problem mehr. Seit fast einem halben Jahr steht sie regelmäßig vor der Kamera. In ihrem YouTube-Format Helga hilft gibt sie in kurzen und verständlichen Videos Tipps rund um das Thema Internet, Smartphone und Co. Egal ob Apps installieren, Bilder per Messenger verschicken oder Musik über Bluetooth-Lautsprecher hören, Helga entdeckt die digitale Welt und lässt andere daran teilhaben. Sie möchte älteren Menschen ermutigen, den Schritten in die digitale Welt zu wagen, weiß aber auch, dass diese oftmals Berührungsängste und Unsicherheiten haben. Vielen fehlt eine Person, die ihnen bei den ersten Schritten hilft und sie fortlaufend begleitet. Durch die Videoreihe hofft Helga anderen Mut zu machen und ihre Erfahrungen teilen zu können. Denn sie weiß, dranbleiben lohnt sich. Tolle Reden, Helga! Über die Betan!